10 Duelle gab es ja schon zwischen Lichtenberg 47 und Babelsberg 03. Keines davon konnten die Lichtenberger bislang gewinnen. Das letzte Punktspiel ist allerdings schon etwas länger her. 2005 in der Oberliga gab es zuletzt ein 0 zu 0. Inzwischen beide Mannschaften ja eine Klasse höher. Die Babelsberger beginnen in blau von links nach rechts. Jetzt mit Montschö kann ihn da durchstecken und der Ball landet bei Danko. David Danko, 26 Jahre, ist er jung. Noch konnte der Kapitän für die Babelsberger kein Saisontor erzielen. Doch die Mannschaft von Uwe Lehmann weiß zu antworten. Sinan, stark bearbeitet von Patrick Jan. Rodolwitz versucht es aus der Distanz, aber noch geht er weit am Tor von Gladro vorbei. Wieder die Berliner in der Vorwärtsbewegung. Diesmal geht es über links mit Außenverteidiger Olo. Bringt die Flanke scharf herein. Der Ball landet bei Christian Gave. Und auch dem Zehner fehlt noch früh in der Partie das Zielwasser. Nun die Babelsberger mit einem Standard. Danko läuft zur Ecke an. Sieht in der Mitte Reimann. Der verpasst den Ball und damit wird er nochmal richtig gefährlich. Glück für die Lichtenberger, die in der 28. Minute wieder nach vorne kommen. Fiegen mit der Flanke über links. Reiniger verpasst. Das hätte die Chance sein können. Zum 1 zu 0. Aber Patrick Kluge und sein Schiedsrichtergespann entscheiden sowieso noch auf Absatz. Nach einer guten halben Stunde die Filmstädter. Mit diesem Seitenwechsel auf Kaya. Und der hat das super Auge für Danko. Beim Abschluss eher auf die Polizeiwagen geachtet. Dennoch, beide Mannschaften arbeiten hochkonzentriert an der Führung. Und so bleibt es ein hochspannendes, hochintensives Spiel. Olo entscheidet sich mal nicht für die direkte Flanke, sondern geht ins Dribbling. Macht das stark! Aber der Ball geht am Ende nicht zu Thomas Brechler oder Christian Gave, die den Ball verarbeiten können. 35. Minute. Wieder Lichtenberg. Reiniger spielt ihn auf den Flügel. Auf Gave und er kann ihn tatsächlich reinbringen! Und diesmal ist Gladro zur Stelle. Mit einer Glanzparade verhindert er die Lichtenberger Führung. Auch zum Anpfiff der zweiten Halbzeit. Beste Stimmung im Zoschke. Über 1200 Zuschauer sind bei diesem perfekten Fußballwetter hier nach Berlin-Lichtenberg angereist. Drei Minuten nach Wiederbeginn. Ein Freistoß für Lichtenberg. Christian Gave bringt ihn rein und Jonas Schmidt steigt hoch. Kann den Ball allerdings nicht aufs Tor befördern. Und das ärgert den Innenverteidiger, der der Defensive auch die gewisse Stabilität verleiht, die sie benötigen. 62. Minute. Gave über links. Und der sieht Pascal Eifler! Riesenchance. Gerade mal eingewechselt für Patrick Jahn. Hätte er schon nach zwei Minuten den Führungstreffer markieren können. Doch auch die Babelsberger Angriffe sind nicht von schlechten Eltern. Super zurückgelegt auf Nattermann! Die Mannschaft von Marco Vorbeck kriegt wieder Chancen und die sind richtig gefährlich. Dombrova über die linke Seite gegen Sinan. Zieht in die Mitte und spielt ihn wieder auf Nattermann. Wieder geht ein Raunen durch das Stadion. Die Zuschauer wollen unbedingt einen Treffer sehen, egal für welche Mannschaft. Jepney bringt ihn rein und er landet bei Zagott. Und auch wenn Lichtenberg in der zweiten Halbzeit die Partie bestimmt, Babelsberg versteckt sich nicht, generiert Chancen. 83. Sie kommen wieder mit der Flanke in die Mitte. Holwitz schnappt sich die Kugel. David Holwitz! Sie müssen doch irgendwann mal das Tor treffen. Das ist nicht zu fassen, wie die Lichtenberger mit den Chancen umgehen. Schon seit mehreren Spieltagen fällt einfach kein Treffer. Und so bleibt es beim 0 zu 0 zwischen Lichtenberg und Babelsberg. Am nächsten Spieltag wartet Bischofswerder auf die Lichtenberger.